Also Texte hier bin ich. Guck mal, ich hab die Heimorgel mal wieder raus. Oh, das ist schön. Wir haben so lange nicht mit der Heimorgel singen dürfen wegen Corona. Es gab diverse Regeln auch bei uns. Und was noch übrig geblieben ist, ist diese Plexiglaswand. Aber die soll uns nicht stören. Und wir haben uns nie daraus gesucht, dass Sie alle kennen, liebe Zuschauer. Ich glaube, es ist auch direkt vom ersten erfolgreichen Hit-Album der Prinzen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wollen wir einfach mal gucken, ob es die Leute erkennen. Bist du bereit? Du fängst an, wenn du willst. Du willst nicht haaren, Denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab. Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Kommen deine lachen Lippen zu nah an mich ran. Küssen verboten, küssen verboten, küssen verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. Küssen verboten, küssen verboten. Küssen verboten, streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. So, das müssen wir jetzt durchstreichen. Nix mit Küssen heute hier. Super, vielen Dank. Katharina, das war süß. Ja, danke dir mit deiner tollen Orgel. Schön, dass ihr die wieder rausgeholt habt. Schön, sie funktioniert immer noch.